Das Adressfeld in Rome ist gleichzeitig auch das Suchfeld. Wenn ich also einen Begriff eingebe, so wird nach diesem Begriff gesucht. Naja, bei Mars ist das neu liegend, dass der Planet Mars zuoberst steht. Gleichzeitig ist es aber auch ein Schokoriegel und eine römische Kriegsgottheit. Und wenn ich mir jetzt ein bisschen ein genaueres Bild machen möchte über diese Suche, wie viele Treffer zum Beispiel gefunden werden, so ist in dieser Ansicht nicht viel zu sehen. Das ist optimiert für Tablets. Ich kann aber oben rechts über dieses Symbol die Desktop-Version auswählen hier. Es ist vielleicht ein bisschen unübersichtlicher, weil kleiner geschrieben. Aber du siehst, ich habe einerseits hier die Angabe der Ergebnisse, eine Milliarde in 0,32 Sekunden. Und ich habe auch die Optionen, die ich dir gleich erklären werde. Wenn ich jetzt also neben Mars auch noch Planet eingebe, so habe ich nur noch 107 Millionen Ergebnisse. Natürlich immer noch sehr viel, aber es ist schon merklich eingeengt jetzt. Außerdem kann ich über die Suchoptionen hier unten noch ausschließlich nach deutschsprachigen Seiten suchen. Und so habe ich wiederum noch merklich weniger Ergebnisse. Außerdem könnte ich auch noch Schweizer Seiten suchen, in unserem Fall. Zum Beispiel, wenn ich noch ein Produkt suche, das ich kaufen möchte. Da macht es ja wenig Sinn, wenn ich auch österreichische und deutsche Seiten angezeigt kriege. Ein weiteres Beispiel, nehmen wir an, du suchst einen Songtext oder ein Zitat. Ein amerikanischer Präsident, John F. Kennedy, hat mal gesagt, ich bin ein Berliner. Ich schreibe das mal rein. Wenn ich die Suchoptionen ausblende, so siehst du, werden 13 Millionen Ergebnisse geliefert. Nun, hier hat es viele so allgemeine Wörter. Es wird also nach Ich, Bin, Ein und Berliner gesucht. Aber diese Wörter müssen nicht unbedingt hintereinander sein. Wenn ich nur noch Seiten suchen möchte, die die Wörter in diesem Zusammenhang zeigen, so mache ich das in Anführungs- und Schlusszeichen. Und wenn ich erneut suche, so siehst du nun, habe ich nur noch 133 Ergebnisse. Und alle diese Seiten, die zeigen diese vier Wörter genau in dieser Reihenfolge.